Okay, ich weiß wie man kleidet. Ich habe auch noch Ecken im Kopf, wo wir das gut brauchen können, aber ich habe komplett vergessen, wo die sind. Oh, warte mal. Nein! Och, Schlaubi. Schlaubi, stumpf. Mach weiter. Komm ich da irgendwie hoch? Wurde ich da nicht auf diesen Ast? Ob das hinhaut? Nein, ich bin kurz da. Mist, ich habe zu früh gedrückt, aber ich glaube, das könnte hinhauen. Dann schlumpfen wir das nochmal. Wir müssen hier mal ausschlumpfen, ob das so geht. Ich bin ja auch... Ich bin der mieseste Jump'n'Run-Schlumpf-Hüpfer, den es gibt. Ja, ich weiß, dass ich, wenn ich die Tasten drücke, dass ich da fliegen kann. Ist ja gut, ich habe es kapiert. Na, guck mal. Hat doch geklappt. Das heißt, ich kann da auch theoretisch rüberfliegen. Reicht die Länge? Reicht die Länge vor allen Dingen. Habe ich nie gesagt. Muss wohl zurück ins Dorf. Ja, 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 ja. Aber es gibt hier noch Ecken, die hätte ich gern verschlumpft. Was sagt denn die Quest? Alter. Ich kriege das... Es ist Zeit, um zu besuchen den wilden Schlumpf. Es ist schon eine ganze Weile her, hoffentlich. Ne, ich muss nicht zurück ins Dorf. Ich muss gleiten lernen, aber... Achso, da ist das Ausrufezeichen. Okay. Da gehen wir gleich hin. Wenn wir irgendwann mal aufleveln können, wird ihr mir dankbar sein, dass ich so akribisch versucht habe, die Sachen zu farmen. Komm schon, ich will... Ich kann da nicht rüberspringen. Das ist eine unsichtbare Wand. So, komm ich da rüber. Hoppala. Na, also, ist doch überhaupt kein Problem. Ich weiß auch nicht so genau, was ich jetzt hier oben machen möchte, aber ich bin hier oben. Achso, zum Aufschlumpfen. Ja, aber da wüsste ich auch nicht, wo. Das ist das Problem. Jetzt hör doch mal auf, wie diese Explodiererei da ist. Das ist doch langweilig. Dachte ich auch, dass man da die Waffe aufschlumpfen kann. Aber ich hab's noch nicht gefunden. Achso, jetzt sind wir an der Stelle. Ne, da wollte ich nicht hin. Da gab's noch eine andere Stelle. Verdammt, noch mal. Sieht hier aber auch alles gleich aus wieder. Verschlumpft und zugeschlumpft. Finde ich gut. Verschlumpft und zugeschlumpft. Das finde ich sehr schön. Ah, Moment. Man kann da noch mal... Aha, ich hab so... Ich hab quasi jetzt einen Doppelsprung. Moment. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Komm. Ach, komm schon. Lass mich hochklitschen. Ja, okay. Ich hab's kapiert. Ja, wir gehen mal zur Markierung. Äh, ja. Wir gehen mal zur Markierung. Wo waren die noch mal? Eigentlich müsst ihr doch jetzt auch da, wenn ich hier Select drücke. Bei Babaschlumpf oder bei Handyschlumpf? Äh, war ich vorhin schon mal... Obwohl, da war Handyschlumpf nicht da, ne? Ja, wir gucken mal. Ich hab nur Angst, wenn ich jetzt das Gebiet verlasse. Ja, das ist ein Schwebeflusschlumpf. Kein Fliegeschlumpf. Das ist wohl wahr. Ich hab nur Angst, wenn ich das Gebiet verlasse, dass ich hier den ganzen Quatsch noch mal komplett abgehen muss. Kann ich denn jetzt noch mal hier... Ach da, guck mal. Da könnte ich jetzt reisen, aber das will ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt noch mal die Quest angucken? Ach da. Wo war das? Ah, jetzt sieht man den Marker. Da muss ich lang. Okay. Da möchte das Spiel mich hinschlumpfen. Wir sind geübte Schlumpfflieger. Der Schmetterling zeigt auch immer, wo man hin soll, ne? Ist euch mal aufgefallen? Der Schmetterling sagt, ich soll da rüber. Da geh ich erstmal da hin. Rein aus... Ich geh da nicht hin, weil da eine unsichtbare Wand ist. Na toll. Da ist auch eine unsichtbare Wand. Da komm ich gar nicht lang. Ich komme den Sternen immer näher. Ja, ja. Und der Boden kommt auch ganz schön näher, mein Freund. Oder der Upgrade-Schlumpf. Das kann natürlich auch sein. Dass es der Upgrade-Schlumpf ist. Oh, warte mal. Komme ich da rüber? Ja, easy. Oh, die Funktion ist cool. Alex gefällt das. Ja, toll. Das war jetzt die allergeilste Brücke ever. Bringt mir das was, wenn ich da rüber schlumpfe? Warum sollte ich da... Da bin ich doch schon gewesen. Aber hier war auch irgendwo die Stelle, die ich meinte. Da wollte ich mal zurückgehen. Aber ich weiß nicht mal genau wo. Ich weiß nur da, wo das Fass war. Oh, oh, oh. Das wird nichts. Okay, das war übermütig geschlumpft. Wir schlumpfen nochmal zurück. Wie komme ich denn jetzt da am besten hoch da? Ich muss so eine Kombi-Flug-Schlumpf-Nummer machen. Warte. Da, guckt. Überhaupt kein Problem. Na, hallo? Sich angeschlumpft. Was soll ich da... Ah! Ah! Wir haben es nämlich geschafft, indem wir uns da durchschieden an der Kante da oben. Also, ich zeige ihm den Finger drauf. Vor allen Dingen, ich zeige es euch gleich. Moment. Wir sind nämlich vorhin so an die Kante hochgeglitscht und haben dann das ganze Eck einfach so gemacht. Okay, alles klar. Aber jetzt können wir auch zu diesen anderen Dings mal rüberfliegen. Darüber hätte ich mal gerne... Äh, wäre ich mal gerne geflogen. Wo geht's hier lang? Warum sind wir hier? Da ist nix. Warum bin ich hier rüber geflogen? Na gut. Ah ne, mach mal. Und die Dinger laden auf wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Wir gleiten gleich. Ach so, und da hätte ich mich dann retten können, als ich da unten war. Da hätte ich wieder an Land schlumpfen können. Statt sie in den Tod zu schlumpfen. Ich verstehe. Ich hätte aber trotzdem gern die Sachen da kaputt gemacht. So, wir schlumpfen mal auf die Seite. Da drüben ist aber auch ein... Ach, da drüben gehen wir alles. Und verschlumpft noch mal. Was für ein wunderschöner Flug. Auf jeden Fall habe ich schon mal mehr Papier... Papier... Paar Schlumpfrollen gesammelt, als ich je dachte. Ich dachte so Maximum 10, dann ist es... Ich meine, ich soll erfüllen. Wir erhöhen auf 20. Okay, wo willst du mit mir? Okay, jetzt sind wir wirklich bald im Looping-Bereich. Ei, ei, ei. Okay, haben wir sonst noch hier irgendwas? Sieht noch irgendwas böse aus? Ne, nein, sieht alles schlumpf-pantastisch aus. Oh Gott. Ja. Ja. Ja, la, 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 la. La, 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 la. Oh, das haben wir heute noch gar nicht gemacht. La, 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 la. Immer wenn ich leerlauf habe, fange ich das Lied an zu singen. Ähm. Ich drücke die falsche Taste. Ich drücke die ganze Zeit Schuss statt schwebe. Dann kann das nicht klappen. Da, guck mal. Jetzt klappt das doch schon wieder. La, 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 la. Wir machen den Wald sauber. Wir sind die Sauber-Schlümpfe. So. Mega-Bobo-Klatsch. Ist im Anflug. Hopp, hopp, hopp. Haha. Alles weg. Alles weg. Der Schlupf-Klatsch. Wer kennt die nicht? Bitte in Endlichkeit. Und noch viel weiter. Okay. Wir können natürlich auch ein Zitat von Toy Story machen. Ist natürlich auch möglich. Wo willst du mit uns hin, du Schlang-Ding? Ist zu Unendlichkeit und noch viel weiter. Bist du endlich schlumpfen und dann noch viel weiter. Oder wie so ähnlich. Oder wie. Äh, warte mal. Wo geht's denn da lang? Das ist einfach nur so eine Show-Hüpfen. Da ist noch nix. Ach, ich drück's schon. Mein, wieso drück ich den jetzt mal jetzt die falsche Taste? Alles sauber machen. Oh, Schlaubi. Ich glaub dir kein Wort. Okay. Ist da irgendwas? Außer die Brücke? Ach, ich drück die falsche Taste. Warum drück ich da jetzt die ganze Zeit die falsche Taste? Dann klappt das doch auch. Äh, aber ich hab da unten eine Tür gesehen. Die hätte ich jetzt gerne nochmal hier, äh, verschlumpft. Mh, ja. Aha. Vielleicht muss ich von da oben runter schlumpfen. Und dann geht die Tür kaputt. Glaub ich nicht. Aber ich probier's. Nein. Was ist denn da drin? Da drin ist auch so eine Papyrrolle oder Geschenk oder irgendwie sowas. Man muss jetzt doch wieder so ein Rätsel geben, oder? So ein Rätselkniff. Ich könnte natürlich von ganz weit oben mal runterfallen. Mal gucken, vielleicht ist die Auswirkung so hoch. Mal gucken, vielleicht ist es egal. Da ist die Tür. Nope. Na gut. Dann machen wir's später. Wir machen jetzt mal den Boden hier fertig. Hä? Da. Jede Versorgung, jede Nicht-Versorgung ist eine gute Versorgung. Warte mal, was ist denn hier los? Mein Gott. Manchmal ist aber die Kamera ganz schön dreckig. Willkommen bei Schlumpf Airline. Haha, S.A.L. Wir bieten, wir bieten beunruhigende Schlumpfminuten. Wir schlumpfen Ruhe dort hin, wo sie schlumpfen wollen. Sympathische Schlumpfen und erfahrene Schlumpfflieger bringen sie auch weiter nach Schlumpfhausen. Uh, das ist sehr schön. Das ist der perfekte Werbeslogan für Schlumpf Airline. Oh, ups. Steht noch irgendwas? Da oben? Was ist denn das? Aha. Na, gucken mal. Kamera? Kamera? Juhu! 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 Was ist denn das hier schon wieder da oben? Sieht aus, als ob man da auch wieder was machen kann. Tja. Okay, ich sehe den Eingang. Los geht's! Das Spiel birgt noch viele schlumpfige Geheimnisse. Na also. Sieht doch schon schöner aus. Äh, hallo? Da ist ja noch was übrig. Na, das ist doch eine wunderschöne Lichtung. Da hinten ist noch was. Wir haben ja schon 2400 von diesen Samendingern da. Ich will dich mal ausgeben. Mh... Mh... Da wollte ich jetzt noch nicht rein. Moment mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Hä? Was? Wo geht's hier wieder raus? Moment. Hier lang. Mh... Als ob die Tür jetzt verschlossen ist. Das war jetzt aber sehr, äh, linkisch. Endlich bin ich im Reich des wilden Schlumpfes. Wirklich schön hier. Aber es ist genauso wild wie er. Ich muss auf der Hut sein. Wie Papa Schlumpf immer sagt, Schlumpfsicht ist besser als Nachsicht. Okay, die Drottel stürzen auch ab. Das ist schön. Ahau! Ein Schmetterschlumpf. Ein Schmetterschlumpf. Ach, komm. Achso, der ist ja noch da. Aua! 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 Geht doch kaputt! Du Blödschlumpf! Aua! 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 Ob ich das abhalten könnte. Oh Gott. Oh, heiliger Schlumpf. Da wäre ich fast weggeschlumpft. Aua! Fantastisch! Oh, das war so fies. Ach, komm! Nein! Geh weg! Flieg in den Abgrund. Mach irgendwas. Lass mich in Frieden. Äh, wo muss ich denn jetzt da lang? Also ich meine, ja okay, da geht's wohl nur da lang. Das war ein schlumpfiges Erwachen. Ja. So, was haben wir denn hier? So, was hat denn der da für so eine Hütte gebaut? Das ist ja eine ganze Stadt. Aha, okay, warte. Wo müssen wir denn jetzt lang? Da oben. Was? Da komm ich ja nie hoch. Okay, das funktioniert auch. Okay. Ja, Schlaube, komm! Das geht dir aber normalerweise auch nix an, ob ich... Also... Nein! Was? Okay. Moment. Na also. Hey, Wildnisschlumpf. Oder wie auch immer du heißt. Wilder Schlumpf. Ich freue mich auf, Wilder Schlumpf. Papa Schlumpf sagt immer, Freundschaft ist etwas Kostbares, dass man sich schlumpfen muss. Haha. Schlaube, immer gleich. Immer sprech für nichts. Und du hast dich auch nicht verändert. Du sprichst immer noch deinen Kauderwelsch. Nein, ich anders. Voll Sorge. Verseuchung überall. Keine Sorge, Wilder Schlumpf. Papa Schlumpf wird eine Lösung für... Warum habe ich mich nochmal auf das Schlumpf-Spiel eingelassen? Ich als Jump'n'Run-Spezialist? Ja, geil. Hey, das ist neu. Hm, der Form nachzuschließen, müsste ich darauf hüpfen können. Ah, falsche Taste. Ja, du Trottel. Bein sind sie runtergefallen. So ein Dummschlumpf. Das macht doch auch nochmal irgendwas. Habe ich jetzt das? Habe ich jetzt das? Oh, der Kurs ist ganz schön schwierig. Ein Glück, dass ich auch... Au, aaaah. Ihr seid mir böse. Oh. Gibt es irgendwie so ein Geheimnis... Geheimfahrt? Nee. Oh, nö. Ähm. Ganze Armee wieder. Na? Wohin der Hüpfe? Da hinten hat sich noch eine versteckt. So, der Garten ist wieder begrünt So Ja, natürlich bewegen sich die blöden Dinge auch noch Ja, klar Ja Was bei allen Schlümpfen hat er sich dabei gedacht Ohne den Schlumpfisator können die anderen Schlümpfe den Kurs nicht abschließen Das muss ich Papas Schlumpf erzählen Ja Das ist nie passiert Ich habe noch ein halbes Herz Oh, warte Jetzt nicht mehr Oh, oh Alles gar kein Problem Easy Job Ähm Kannst du mir erklären, was das für ein Parcours ist? Ich mache Abenteuerparcours für Schlümpfe Alle kommen her, haben Spaß Hamham für Pause Essen und Trinken von Schlumpfbeeren Saft Das hast du alles selbst zusammengeschlumpft? Das ist sehr nett von dir, wilder Schlumpf, aber... Aber Verseuchung überall Parcours nicht fertig wegen Verseuchung Ja, das ist mir aufgefallen Dein Parcours weist große Lücken auf Du mach Parcours Schlumpfe Zeit nicht Zutat zum Schluss Also gut, wilder Schlümpf Ich mache es Das ist mir aufgefallen, was das für ein Parcours ist Das ist mir aufgefallen, was das für ein Parcours ist